W-w-w-w-welpenfreunde haben Spaß! W-w-w-w-welpenfreunde geben Spaß! Schön, dass wir deiner eigenen Schnauze zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht's daran, dass wir das Häuschen der Welpenfreunde bauen. Hand hoch, wenn du sie schon mal gesehen hast. Sie laufen auf Disney Junior. Sind so eine kleine, fetzige Serie mit so zwei Welpen, die viel Abenteuer leben. Die haben auch fetzige Heizbinder, die eigentlich dieses draufhaben. Und ich würde sagen, schenken wir denen ein neues Zuhause in Minecraft. Von daher, Blöcke in die Hand. Auf geht's! Für unsere heutige Folge holen wir uns einfach mal ein bisschen gelbe Wolle raus, denn glatte Quarzblöcke, davon die Treppen wie Stufen sind dabei. Dann holen wir uns ein paar Ziegelblöcke raus. Weißer Beton, davon nochmal den blauen Beton, ein paar polierte Duoriettreppen und Quarzziegelblöcke. Zuallererst klären wir wie immer einmal so ein bisschen den Umfang von unserem Häuschen. Da brauchen wir ein Maß von der Länge von etwa so 30 Blöcken und von der Breite her 18 Blöcke. Ihr könnt natürlich immer Pi mal Daumen ein bisschen mehr machen, wenn ihr euch ja später hinten auch noch einen Garten basteln wollt, vielleicht vorne auch noch eine Auffahrt, aber das Häuschen bauen wir ja genau an unserem Bürgersteig ran, von daher passt das schon. Dann kommen wir erstmal zu unserem Grundriss. Dabei nehmen wir jetzt erstmal unsere gelbe Wolle zur Hand. Da platzieren wir uns natürlich jetzt hier einmal, zack, unseren Grundriss. Und wenn jetzt einer erstmal wissen möchte, wie viel Abstand zum Bürgersteig, weil wir sie uns ja genau heransetzen, solltet ihr davon so sechs Blöcke vorne Platz lassen. So ist dann, sag ich mal, hier auch später noch unser Tritt nach oben. Sechs Blöcke an sich Platz lassen zum Bürgersteig. Gut, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Grundriss. Da zeichnen wir mit unserer gelben Wolle jetzt erstmal eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke. Nach unseren fünf Blöcken lassen wir dann erstmal, würde ich mal sagen, sechs Blöcke Platz, weil hier kommt das Spiel doch unsere Garage hin. Also sechs Blöcke Platz, da sind wir nach dem fünf. Dann setzen wir wieder zwei Blöcke hin. Von diesen zwei können wir jetzt einmal nach hinten gehen und setzen noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn Blöcke weiter ran. Insgesamt haben wir jetzt hier 15 gelbe Wolle Blöcke. Von denen können wir jetzt hier einmal in der Ecke einmal einen glatten Quarzblock hinsetzen. Dann gehen wir einmal zur Seite rüber und setzen da jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs weitere gelbe Wolle Blöcke hin. Dann lassen wir vier Blöcke Platz, setzen wieder einmal gelbe Wolle hin und einmal unseren Quarzblock. Jetzt sollten wir perfekt auf der Höhe sein, dass wir jetzt hier mit gelber Wolle das einmal nach oben ziehen können. Und dann schließt das hier alles miteinander ab. Wunderbar. Sobald wir das geschafft haben, wollen wir das jetzt auch ein bisschen in die Höhe ziehen. Auf insgesamt 15 Blöcke. Das heißt, hierauf setzen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn weitere Blöcke. Warum? Den ersten haben wir nicht mitgezählt, sodass wir jetzt hier 15 Blöcke haben. Und so können wir erstmal das hochziehen. Sobald wir unsere Wende hochgezogen haben auf 15 Blöcke, kommen wir noch dazu, natürlich unsere Zwischenseiten hier auch noch zuzuziehen, die wir ja erstmal offen gelassen haben. Auf der Vorderseite befindet sich unsere Garage. Die hat eine Maß von um die vier Blöcke. Also lassen wir natürlich unten vier Blöcke Platz. Den Rest ziehen wir zu. Und auf der Rückseite haben wir ja unsere, ja nicht Garage, sondern halt mehr so ein Schuppen, wo wir, sag ich mal, einfach drei Blöcke unten Platz lassen. Den Rest ziehen wir zu. Sobald wir das erledigt haben, kommen wir einmal nochmal zur Vorderseite. Die wollen wir jetzt ein bisschen erweitern. Und zwar richten wir uns jetzt oben von den letzten sechs Blöcken aus. Zählen wir mal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, die letzten sechs Blöcke wollen wir mal erweitern um insgesamt zwei Blöcke. So, dass wir hier jetzt einfach zwei Blöcke nach vorne gehen. Könnt ihr einmal unten auch komplett hier das einmal zuziehen. So. Vorderseite natürlich auch, dass wir das hier einmal, ups, so einmal nach oben ziehen. Sobald wir das denn hier oben denn so einmal komplett zugezogen haben, kommen wir mal dazu, unsere Quarzblöcke nochmal zu verwenden. Wir fangen erstmal ganz oben an. Wir machen immer das Einfachste zuerst. Und zwar platzieren wir jetzt erstmal hier an den Seiten hinten unsere zwei Quarzblöcke und können dann immer einen Block freilassen und dann wieder einen Quarzblock hinsetzen. Weil dazwischen wollen wir jetzt einfach mal um die Treppen uns hier platzieren. Und was man dann einmal auf der Rückseite machen kann, kann man natürlich auch noch einmal nach vorne machen. Wir lassen immer einen Block einfach mal Platz. Immer hier zack, 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 setzen wir unsere Blöcke hin. Sollten so vorne ankommen, dass wir auch denn hier erstmal eine Treppe haben. Das ist dann auch völlig richtig. So, aber ich würde sagen, das machen wir erstmal synchron auf beiden Seiten, dass wir hier einfach mal einen Wechsel, einen Block und eine umgestellte Treppe uns hier platzieren. Denn nach getaner Arbeit sind wir dann natürlich auf der Vorderseite jetzt angekommen. Hier nehmen wir wieder unseren Quarzblock, setzen den jetzt vorne an der letzten umgestellten Treppe hin. Und diese Quarzblöcke können wir einmal nach unten ziehen, sodass sie hier einmal überstehen. So, andere Seite auch. Wir setzen die hier vorne einfach ganz glatt ran. Ziehen die so runter, dass die hier einmal überstehen. Und dann machen wir hier unten das gleiche System, wie wir oben haben, nochmal nach hinten weg. Das heißt, wir schlagen hier einfach mal die eine Rolle, ja, Rolle-Block-Reihe mal weg. Und machen immer im Wechsel Block und Treppe hin. Sobald wir das denn geschafft haben, das hier so lang zu ziehen, wollen wir dieses Prinzip auch nochmal auf der Vorderseite machen. Das heißt, jetzt ziehen wir das auch noch einmal so lang, immer im Wechsel Treppe und Block. Dann kommen wir hier auch wieder perfekt an und ziehen das hier auch nochmal nach hinten weg. Sobald wir das jetzt hier so geschafft haben, kommen wir nochmal zur Vorderseite und wollen hier unten das mal ein bisschen zubauen. Die erste Reihe könnt ihr gerne mit unseren Quarzblöcken machen und die zweite Reihe mit Wolle-Blöcke. Wir bleiben dann immer noch auf der Vorderseite und nehmen uns mal unsere glatten Quarztreppen an. Wir fangen jetzt hier einfach mal in der Ecke an, lassen einen Block frei und setzen jetzt insgesamt hier drei Treppen hin. Da setzen wir dazwischen einfach unsere Stufen hin. Und darüber können wir einfach mal hier an den Seiten zwei ungedehlte Treppen machen, verbinden die mit den Stufen und tauschen mal die gelbe Wolle dahinter mit unseren weißen Beton einmal aus. Jetzt sind wir schon mal beim weißen Beton. Wollen wir den gleich verbauen? Ja. Zum einen können wir den gleich schon mal hier nehmen für unser Garagentor und zum anderen auch noch hinten für unsere, ja ja nicht Garage, sondern Schuppen hinten. Da können wir das auch nochmal verwenden. Na gut, kommen wir wieder auf die Vorderseite, nehmen wieder unsere Quarzblöcke zur Hand, können jetzt oben auf unserer gelben Wolleschicht eine Quarzblöcke hier einmal platzieren und dann machen wir wieder im Wechsel immer Block, Treppe und dann wieder, also eigentlich freilassen. Also eigentlich jetzt machen wir nur Treppen hin, lassen einmal frei und wieder eine Treppe hin. So, dazwischen könnt ihr dann einfach eure Stufen hier einmal platzieren und darauf setzen wir weitere Stufen. Und ich würde mal sagen, hier an der Seite setzen wir einfach nochmal einen weiteren Block hin und erweitern das auch noch hier hinter unseren Stufen, dass wir hier auch nochmal eine weitere Blockreihe von unseren Quarz uns einmal platzieren, dass hier alles schön weiß ist. Wenn wir schon mal hier oben sind, würde ich sagen, machen wir auch gleich den Vorwurf fürs Dach. Das heißt, wir nehmen unsere hellblaue Wolle, setzen hier einmal komplett auf der Quarzblockreihe eine Betonreihe einfach mal rauf und dann einfach so eine Pyramide setzen wir uns dann hier weiter mit unserem blauen Beton hier einmal oben hin, bis wir zu einer einer Spitze kommen. Ups, da wollte ich einen Fehler, hier. Genau, so dass wir dann hier einfach eine Pyramide uns bauen, dass wir oben eine einer Spitze haben. Und das wollen wir dann auch nochmal auf der Rückseite bauen. Aber hier müssen wir erstmal wieder ein bisschen was vorbereiten. Nehmen wir eure Quarzblöcke zur Hand. Die platzieren wir hier wieder einmal an den Seiten erstmal einmal höher. Hier auf unserer Fassade platzieren wir noch eine Stufenreihe und hinter der Stufenreihe setzen wir wieder unsere Quarzblockreihe. Darauf könnt ihr jetzt einmal wieder unseren blauen Beton nehmen und ziehen uns hier wieder eine schöne Pyramide zusammen, so dass wir oben halt die einer Spitze erhalten. Ich würde mal sagen, wir gehen wieder auf die Vorderseite. Hier wollen wir jetzt einen kleinen Vorwurf machen für schon mal ein Fenster. Da gucken wir einmal zu unserer Garage und achten mal darauf, dass wir an der Seite einen Block Platz lassen und bei der Garage würde ich sagen, genau bei dem ersten Block darüber setzen wir die Stufe oben hin. Hier machen wir jetzt eine Stufe von einer Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin. Lassen da vorne dann auch nochmal so fünf Stufen überstehen. So fünf Stück, dass wir an der Seite hier noch eine weitere Stufe sehen. Dann kommen wir mal zu unserer gelben Wolle und setzen uns einfach mal gelbe Wolle hier einmal am Rand hin. Dann lassen wir immer eine Reihe frei und setzen hier wieder so eine weitere Wolle-Blockreihe hin. So, da können wir uns hier einmal komplett so lang ziehen und dann lassen wir das erstmal so in Ruhe. Denn sowas wollen wir nochmal auf der Rückseite uns bauen. Nur diesmal achten wir natürlich hier unten auf unseren Schuppen. Nehmen wir unsere Quarztreppe. Wir lassen jetzt einen Block wirklich hier über unserer, über unseren Schuppen frei. Und an der Seite hier von unseren Quarz lassen wir 1, 2, 3 Wolle Platz. Dann machen wir 4, 4 Wolle Platz. Dann setzen wir uns eine Treppe hin. Daran zwei Stufen. Und darauf an den Seiten setzen wir vier mal gelbe Wolle. 1, 2, 3, 4. Oben könnt ihr gerne zumachen. Wir befinden uns gerade auf der Rückseite. Da würde ich mal sagen, machen wir auch noch, hier sage ich mal so einen weiteren Anbau ran. Wir achten mal auf unsere Quarzblöcke hier. Da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 mal jetzt einfach mal gelbe Wolle hin. Denn ein Quarzblock. Denken wir hier wieder nach vorne. 1, 2, 3, 4 weitere Blöcke. Wir können ja ruhig schon mal unsere quarzige Blöcke hinsetzen. Das ist mal zwei Blöcke Platz. Hier oben auch noch ein. Dann wieder Quarzblock, ein Wolle Block und zwei hier zur Wand. So. So Treppe und so kommen wir dann später. Jetzt wollen wir das Ganze auch hochziehen. Kommen wir erstmal zu den ersten zwei Wolle Blockreihen, die wir hier hinten an unserem Haus haben. Die machen wir auf eine Höhe von insgesamt sechs Blöcke. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ziehen wir das Ganze hier einmal hoch. Am besten natürlich synchron auf beiden Seiten. So. Hier diese eine Streppe können wir auch auf sechs hochziehen und diese eine Quarzblockreihe auch. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe mich hier verguckt. Wir machen das Ganze mal nicht auf sechs, sondern einfach nur auf insgesamt fünf Blöcke hoch, sodass es hier abschneidet auf der Höhe von unserer Quarzstufe hier auf der Seite. So. Dann wollen wir hier einmal ein bisschen tiefer gehen. Das heißt, wir setzen jetzt hier nur vier Wolle Blöcke hin. Dann würde ich sagen, machen wir das hier noch einmal. Nur, dass wir jetzt hier oben, zack, einmal einen Quarzblock uns hier hinsetzen. Das machen wir dann hier auf eine Dreierhöhe und die Quarzblöcke machen wir auch auf eine Dreierhöhe. Hier nach vorne gehen wir dann einfach wie so eine kleine Pyramide. Wir machen hier oben, würde ich mal sagen, so um die zwei Blöcke und dann geht es hier einfach so ein Stückchen weiter runter, wie so eine Pyramide einfach. Ich würde mal sagen, dass wir hier zwei machen und dann geht es einfach so pyramidenartig runter, dass wir hier diesen unten auch noch so einen Zweier haben. Genau, das machen wir mal. So, ist ein bisschen durcheinander hier, aber ich würde mal sagen, das machen wir ein bisschen ordentlich. Ja, indem wir jetzt hier einfach ein Geländer ran basteln, nehmt ihr einfach eure Treppen, setzt sie hier einmal so ran. Hier oben können wir auch noch mal. Hier in der Ecke würde ich einen Block hinsetzen, dann verbinden wir das Thema so ein bisschen mit den Stufen. Wie machen wir das? Ich würde sagen, hier eine Treppe hin, hier eine Stufe hin und dann machen wir hier überall mal Stufen rauf, außer auf diesen einen Block hier. Gut, dann sieht das schon mal tüffig aus. Jetzt würde ich da auch gleich mal die Treppen verbauen, dass wir hier nach oben kommen. Da setzen wir jetzt einfach mal zwei Treppenreihen hier hin. Hier würde ich mal sagen, machen wir vorne eine Treppenreihe hin. Hier machen wir dann so eine Art Blockreihe hin. Hier können wir dann wieder unsere Treppen machen. Jetzt sehen wir hier, ist was frei. Was können wir da machen? Entweder nehmen wir Gelbwolle oder hier irgendwie so eine Turitblock, den wir uns da einfach mal so ein bisschen platzieren. So, und hier die Fläche, würde ich mal sagen, machen wir einfach Blöcke hin. So, halt einfach umgebildete Treppen kann man auch gerne nehmen, weil man sich jetzt nicht den Block raussuchen will, ne? So, dass wir das hier alles auf der gleichen Höhe haben. Und dann können wir auch gleich schon mal unsere Tür hier reinhauen. So, die Tür soll natürlich einmal nach innen sein. Das heißt, hier machen wir auch noch mal so ein paar Blöcke drunter. Und dann einfach hier unsere Dreier-Tür. Die stellen wir uns einfach mal ein bisschen schon mal hier mit gelbem Beton ein bisschen da. So. Na, dann haben wir schon mal die hintere Tür. Und bevor wir jetzt unsere Stufen weglegen und sowas, würde ich mal sagen, setzen wir drüber einfach auch noch mal eine weitere Stufenreihe hin. Schon mal so kleine Vorbereitung. Das schadet nicht. Na gut, kommen wir wieder zur Vorderseite und wollen jetzt hier unsere Haustür einmal basteln. Nehmt mal eure Ziegelblöcke zur Hand. Und jetzt gehen wir jetzt hier einfach an der Seite. Eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke mal nach vorne mit Ziegelblöcken. Zwei Blöcke platz lassen für unsere Treppe später. Und nochmal fünf Blöcke. So, hier können wir jetzt zum Haus wie so eine Pyramide gehen, sodass wir oben am Ende hier noch eine Zweier-Block-Reihe haben. An der Seite auch. So lange Pyramidenart haben, bis wir hier so eine Zweier-Block-Reihe haben. Danach setzen wir an der Spitze vorne nochmal zwei Quarz-Ziegelblöcke hin. Und danach machen wir natürlich unsere Treppe hier einfach mal mit unseren Dorit-Treppen. So können wir einfach mal schön hier nach oben gehen. Zack, zack, zack. Bis wir hier oben bei der Zweier-Reihe ankommen. Und da setzen wir dann einfach hier dann eine Block-Reihe. Schlangen mal wieder hier so ein zweimal drei Fenster mal rein, sodass wir hier dann unsere Tür wieder reinsetzen können. Die Tür werden wir natürlich so einmal nach innen setzen. Oh, wunderbar. Und soweit wir das geschafft haben, kommen wir natürlich hier nochmal unser Geländer zu bauen. Da setzen wir einfach an den Seiten ganz normale Treppen hin. Und ganz oben würde ich mal sagen, machen wir das mal so, dass wir hier einfach mal eine umgedrehte Treppe haben mit dem Rücken zur Seite. Und dann einfach verbinden wir das hier mit Stufen. Einfach eine umgedrehte Treppe und eine Stufe einfach ran. Jetzt haben wir eigentlich schon fast alle Blöcke so verbaut. Kommen wir noch einmal hier auf unsere eine freie Fläche. Wenn wir jetzt von vorne gucken, ist es natürlich die rechte Seite neben unserer Garage. Wir lassen jetzt hier an der Seite zwei Blöcke und einen Platz. Zwei an der Seite. Und jetzt schlagen wir eins, zwei, drei, vier Blöcke weg. Und mal das mal auf eine Zweier-Höhe. Wir können jetzt zwei Treppen hier einfach mal an der Seite setzen. Kommen wir nochmal zu zwei Stufen. Und setzen hier an der Reihe einfach mal zwei Blöcke hin. So, das ist schon mal so ein unteres Fenster. So eins wollen wir nochmal bauen. Jetzt auf der anderen Seite. Wir lassen jetzt hier einfach mal einmal gelbe Wolle Platz und schlagen uns hier wieder vier Blöcke weg auf eine Zweier-Höhe. Nur diesmal machen wir auf beiden Seiten uns einfach mal Treppen hin und Stufen in der Mitte. Warum haben wir jetzt hier einen Block hingemacht und keine Treppe, fragt ihr euch? Wir werden ja später auch noch einen Schornstein uns hinsetzen. Und der ist irgendwie komischerweise genau davor hingebaut. Von daher setzen wir da Blöcke hin und keine Treppen. Kommen wir aber erstmal wieder zu neuen Blöcken. Das heißt, wir holen uns jetzt mal glatte rote Sandsteintreppen und Stufen raus. Wieder glatte Quarztreppen und Stufen. Also die verlassen uns nicht. Die bleiben noch erstmal bestehen. Dann holen wir uns noch ein paar Duorid-Mauern raus. Birkenzäune und Zauntaubelte. Dann polierte Duorid-Stufen und türkise Glasblöcke. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal ran, dass wir ein Dach drauf haben. Dabei nehmen wir jetzt unsere roten Sandsteintreppen. Wir beginnen jetzt hier einfach mal an der Seite. Hier erstmal würde ich sagen, auf unserem blauen Beton uns erstmal unsere Sandsteintreppen und ganz oben natürlich unsere Stufe hier einmal lang zu ziehen. Die können wir auch gleich einmal überstehen lassen. Und wenn wir das dann hier einmal überstehen gelassen haben, ziehen wir das natürlich dann auch gleich nochmal zur anderen Seite. Soweit wir es geschafft haben, unser Dach dann einmal hier so drauf zu platzieren, kommen wir einmal zu unseren Quarztreppen. Die sollen das Ganze noch einmal verfeinern. Das heißt, wir lassen das jetzt einmal komplett an der Seite mit unseren Quarztreppen überstehen. Und auch nochmal ganz vorne auf der Seite setzen wir auch nochmal komplett unsere Quarztreppen und ganz oben dann auch mal eine Stufe einfach ran. Und dann geht es hier auch wieder auf der anderen Seite runter. Sobald wir auf der anderen Seite so angekommen sind, wollen wir natürlich noch unser Dach ein bisschen dicker bauen. So können wir es nicht lassen. Wir setzen jetzt einfach keine Stufen, sondern Treppen einfach einmal hier komplett runter und zwar die roten. Wenn wir oben angekommen sind, setzen wir ja einmal unseren Sandsteinblock hin und ganz vorne würde ich mal einfach eine umgediebte Quarztreppe mit platzieren. Aber ansonsten der Rest hier überall einfach mal unsere roten Sandsteintreppen unter. Sobald wir das geschafft haben, können wir uns das einmal nochmal kurz angucken. Ups, da habe ich jetzt oben eine Sandsteintreppe runtergesetzt. So, sieht auch viel besser aus. Ist unser Dach erstmal hauptsächlich zu erstmal fertig gesetzt. Kommen wir aber nochmal zur Rückseite, denn hier wollen wir noch ein bisschen eine Verstärkung reinbauen. Denn hier wollen wir unter unserer umgediebten Treppe erstmal hier hinten einen Quarztblock ansetzen. Da eine normale Treppe, dass die sich hier so beide verbinden. Denn an den Seiten setzen wir hier einfach mal zwei umgediebte Treppen hin. Und da wieder weiter setzen wir einfach zwei weitere Stufen hin. So, das soll einfach so eine kleine Stütze sein. Dann ist es hinten schon mal fertig. Und dann würde ich sagen, bleiben wir auch gleich auf der Rückseite und wollen jetzt hier die Seite einmal komplett fertig machen. So, wir fangen erstmal hier bei unserem kleinen Vorbau an. Das ist natürlich ein Fenster. Das heißt, hier könnt ihr gerne schon mal eure Glasböcke reinsetzen und Doritstufen einmal oben wie unten hier nochmal platzieren. Darauf wollen wir auch noch gleich ein weiteres Dach machen. Da setzen wir uns einfach mal an den Seiten hier einfach so ein paar Treppen hin. Am besten so, dass die Treppen an der Seite sich hier nochmal zum Haus so ein bisschen anhecken. Und ganz oben in der Mitte, zack, einfach noch eine Stufe rauf. Jetzt wollen wir natürlich noch hier hinten bei unserer Hinterhaustür auch noch so ein kleines Dach raufziehen. Nehmen wir eure Birkenzaun. Ah, halt nicht Birkenzaun, sondern Doritmauer. Die können wir einmal hier platzieren und hier. Hm, jetzt sieht das natürlich mit der Treppe nicht so cool aus. Ich würde mal sagen, da machen wir einfach mal einen Block hin. Und hier würde ich nochmal mehr austauschen durch so eine Treppe. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Kann man ruhig machen. Hm, gut. Die jetzt auf unseren Mauern setzen wir dann nochmal zweimal unseren Birkenzaun ganz einfach mal rauf. Und das wollen wir jetzt hier nochmal mit dem Haus verbinden. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal unser Zaunterortür. Weil ich finde mit Zaunterortür sieht das ein bisschen besser aus, als wenn wir ganz normal Zaun nehmen. Und darauf können wir jetzt wieder einmal unsere rote Sandsteintreppen hier einmal platzieren. Und machen uns einfach so ein leichtes Pyramidendach hier einfach mal hin. So, Treppenreihe um Treppenreihe erhöht sich das hier. Und ganz oben kommt wieder eine Stufenreihe hin. So, darunter wollen wir es natürlich auch hier wieder einmal so abstützen. Aber das machen wir jetzt nicht komplett bis ganz nach oben. Ups, hier oben sollten wir denn Stufen oder nehmen wir... Ach, wir nehmen lieber Blöcke. So, ganz hier oben wollen wir eigentlich an den Seiten nochmal das abstützen so ein bisschen hier mit Quarz. Dass sich das ein bisschen abhebt. Gut, dann sind wir schon fast fertig. Kommen wir noch zum weiteren Fenster. Eins befindet sich hier gleich hier an der Seite. Und zwar, dass wir einfach hier von der Treppenreihe mal ausgehen. Und uns hier so ein Dreierfenster hier einfach mal reinhauen. Wieder Stufen und unten einmal platzieren. Und fertig ist es. Dann geht es noch ein bisschen weiter hoch. Wir lassen einfach natürlich jetzt hier so ein Block Abstand, würde ich mal sagen. Dann machen wir uns zweimal drei Fenster rein. Insgesamt machen wir uns hier drei Stück rein. Die hier liegen gleich nebeneinander. Und auf der anderen Seite machen wir einfach eins, was ein bisschen weiter absteht. So mit zwei Blöcke Minimum. Das hebt das Ganze doch schon bevor, dass es absteht. So, gleich unsere Stufen oben wie unten hier einmal platzieren. Und wir sind natürlich auch fleißige Bauarbeiter. Von daher gehen wir auch gleich hier rein und setzen unsere Glasblöcke dahinter. Dann haben wir später nicht so viel Massenarbeit. Ich würde mal sagen, jetzt sind wir ja mit der Rückseite schon so gut wie fertig. Da gehen wir noch später noch einmal rüber und verfeinern noch ein bisschen was. Aber bevor wir dazu kommen, biegen wir jetzt hier einmal zur Seite ab. Und wollen hier auch noch ein paar weitere Fenster uns platzieren. Wir können gleich mal hier drauf achten. Das hat jetzt die gleiche Maß wie das hier. Lassen wir mal einen Block Platz. Schlage ich mir so ein Dreierfenster rein. So, Stufen unten und oben hin. Dann lasse ich mir einen Block frei und setze mir hier so ein kleines Zweierfenster hin. Lassen wir zwei Blöcke Platz. Dann haben wir so ein kleines Fenster einfach mal hier hin. Stufen platzieren. Und dann würde ich nochmal so ein 1er-3er-Fenster auf der Vorderseite machen. Und lassen wir jetzt einfach mal zwei Blöcke Platz. Und setzen wir wieder hier meine Stufen hin. Und ich würde sagen, weiter oben machen wir uns auch gleich ein paar Fenster hin. Wir achten wieder hier auf der Rückseite. Gleiches Maß hier. Und dann würde ich mal sagen, dass wir an der Seite nochmal zwei Blöcke Platz. Von zweimal Dreierfenster hin. Stufen natürlich noch hin. Und an der anderen Seite genauso. Nur zwei Blöcke Platz lassen. Und ein zweimal Dreifenster schlagen wir uns hier auch nochmal rein. Wir können auch hier, wir hatten ja, sag ich mal, hier vorne ein bisschen mehr gezogen. Da könnt ihr auch gerne das jetzt erstmal hier wieder weghauen. Macht sich ein bisschen doof, denn später, wenn wir jetzt hier überall die Fenster reinmachen. Ein bisschen hier gekürzt. Wunderbar. Ja, da wollen wir natürlich die Seite hier nochmal upgraden. Das heißt, noch die Glasfenster rein. Und soweit wir das dann hier natürlich alles erstmal so fertig haben, kommen wir jetzt einmal wieder zu unserer Vorderseite. So. Hier wollen wir natürlich auch noch ein paar weitere Fenster machen. Welche sind zum Beispiel hier unten. Da könnt ihr, wenn ihr die natürlich, wenn ihr euch natürlich hier das irgendwie euch schick machen wollt, könnt ihr das hier hinterher auch nochmal weg machen. Oh, dann platzieren wir mal unsere Glasblöcke hier einfach mal dazwischen. Obwohl halt nicht so ganz dazwischen. Die setzen wir uns lieber einmal nach innen. Genau. Einmal nach innen setzen. Das wirkt dann ein bisschen besser. Weil wir wollen ja noch unsere Doritstufen hier einmal unten, die oben noch einmal platzieren, um die Fenster natürlich noch ein bisschen hervorzuheben. So, das sind natürlich auf der Vorderseite nicht unsere einzigen Fenster. Weiter oben befinden sich nochmal welche. Dann machen wir drei Fenster insgesamt hin, die ein Maß haben von 2x4. Ihr werdet sehen, die ziehen wir komplett bis nach oben hier, wo unsere Fassade ist. Und dann lassen wir mal zwei Blöcke Platz und schlagen uns hier nochmal so ein Zweierfenster rein. Auch komplett bis nach oben. Und ich würde sagen, das machen wir ein tiefer, als jetzt die Fenster sind. Da können wir auch wieder unsere Stufen hier einmal platzieren. Und ich würde sagen, da machen wir dann auch hier nochmal so eine Zwischenstrebe einfach mal rein. Oh, eine sollte immer völlig reichen. Auch bei den Fenstern machen wir hier nochmal so eine kleine Zwischenstrebe rein. Ja, das heißt auch hier wieder Glasblöcke in die Hand und dahinter die einfach mal hinziehen. Sobald wir das fertig haben, wollen wir auf der Vorderseite auch noch ein bisschen Zaun und Mauern verbauen. Eine Mauer platzieren wir zum Beispiel jetzt hier auf der Seite. Da dann wieder zweimal Zaun rauf. Und dann wollen wir wieder einmal Zaun hier zur Hauswand machen und gehen nochmal hier zur Seite. Und hier beim letzten würde ich mal sagen, setzen wir nochmal einen Zaun einfach mal ran, dass er sich schön hier mit dem Haus verbindet. So, dann haben wir schon mal vorne unsere Eingangstür abgestützt. Jetzt wollen wir die Ecke noch ein bisschen abstützen. Da würde ich sagen, machen wir zweimal Zaun da an den Seiten hin und einen Zaun hier in der Mitte, dass sich das schön miteinander verbindet. Auf der Vorderseite werden wir immer noch ein bisschen was im Nachhinein noch dazu bauen. Eine Sache können wir aber jetzt schon machen. Und zwar unten bei unserer Garage. Und dann würde ich sagen, machen wir eine Fensterreihe einfach mal rein. Einfach vier Blöcke rein, fertig. Dann gehen wir gleich hier wieder mal ein zur nächsten Seite und wollen jetzt oben auch noch eine weitere Fensterreihe uns platzieren. Wir lassen jetzt einfach mal, würde ich sagen, zwei Blöcke Platz. Und dann würde ich hier mir einfach ein zweimal vier Fenster reinhauen. Ein Block Platz, das ist nochmal so ein zweimal vier Fenster hier einfach mal rein. Und auf der Rückseite lasse ich mir einfach mal zwei Blöcke Platz und schlag mir hier auch nochmal dieses Fenster rein. Dann nehmen wir wieder unsere Stufen und ziehen hier nicht nur oben und unten, sondern auch in der Mitte noch mal eine weitere Stäbe rein. Weil das ja ein bisschen größere Fenster sind, da können wir das ruhig machen. Ja, dann müssen wir dann natürlich auch wieder unsere Glasblöcke verbauen. Und nicht vergessen, auf der unteren Seite müsstet ihr auch noch welche euch setzen. Habe ich hier schon gemacht. Ich war ja wieder ein bisschen fleißig. So, kommen wir wieder zum nächsten Schritt. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen weiter basteln. Jetzt ist es so ein bisschen Deko-Zeug. Das werde ich jetzt nicht umartig, großartig jetzt hier erklären, was wir hier haben. Da gehen wir mal schnell durch. Und zwar holen wir uns einfach mal Skelettscheel raus. Die sind ja eigentlich mal solche Kugeln, sollen die so ein bisschen darstellen, von unserem Geländer. Dann machen wir die einfach so, dass der Kopf immer, sag ich mal, zu der Wand zeigt. Die haben wir auch nochmal auf der Rückseite. Müsstet ihr dann auch nochmal hier euch die irgendwie so platzieren, dass man den Kopf nicht sieht. So schön als Deko, so als kleine Kugeln. Und eine befindet sich auch irgendwie hier in der Ecke. Ist natürlich ein bisschen problematisch, den Kopf hier ein bisschen so zu drehen, dass man, weil man das Gesicht nicht sieht. Aber wenn man das so dreht, dass es zum Haus geht, dann passt das doch. So, weiter geht es auch noch mit blauem Zement. Wir haben oben bei unserem Dach noch so einen kleinen Farbwechsel von hellblau in dunkelblau. Da lassen wir unten so um die drei Blöcke nochmal hellblau. Und den Rest hier tauscht ihr einfach mal aus durch dunkelblauen Zement hier einfach. Hier hinten auf der Rückseite ist ein bisschen problematisch, dass wir hier einfach mal die Lücken nochmal so rausfüllen mit blauem Zement. Aber auf der Vorderseite ist es doch ein bisschen einfacher. Wie gesagt, unten dreimal hellblau. Und die letzten hier zwei Reihen, die tauschen wir nochmal aus durch einfach dunkelblauen. So, dann haben wir das schon mal original. Und dann wollen wir oben auf unserem Dach auch noch so ein Windspiel bauen, wie wir es da drüben haben. Wir lassen einfach mal zwei Stufen hier Platz. Ab der dritten setzen wir uns dann hier einfach so, ja könnt ihr ruhig runter in den Block euch setzen, dann einmal eine Steinziegelmauer rauf, darauf Eisengitter. Die formen wir uns gleich hier einmal zu so einem runden Ding. Haha, rund in Minecraft, ja ja, ich weiß. Aber einfach so, viereckig euch hier das einmal so platzieren. In der Mitte nochmal Eisengitter rauf, dann einen, ups, Birkenzaun rauf, wieder Gitter rauf, den Kaminzaun nehmen wir jetzt einfach mal von der Farbe her. Dann wieder einmal Eisengitter, dann wieder einmal unsere Steinziegelmauer. Ja, da platzieren wir einmal, würde ich sagen, auf der Vorderseite ein Wirtszaun-Tor und auf der Rückseite einfach ein Birkenzaun-Tor. Und weil die Mauer jetzt so gerade ist, weil da ja eine Spitze sein soll, machen wir darauf einfach noch einen Knopf. Und diesen Knopf können wir nochmal nehmen, um ihn als Türknopf hier bei unseren Türen ein bisschen darzustellen. Machen wir natürlich auch nochmal auf der Rückseite. Und jetzt kommen wir noch so ein bisschen zu Dekosachen und noch ein bisschen Zusatzsachen, die wir noch bauen müssen. So, da haben wir schon. Also, wir kommen nochmal kurz, dass wir einen Stolpertrag hacken nehmen, um die als Türgriffe für unseren Schuppen hinten einmal so zu platzieren. Dann nehmen wir nochmal polierte Dori-Treppen und Stufen raus, die wir ja schon verwendet haben. Und zwar auf der Rückseite befindet sich noch ein oberes Fenster. Da suchen wir einfach mal unsere Dreiermitte, schlagen die hier mal weg und dann sitzen wir einfach an den Seiten hier komplett Treppen hin und in der Mitte einfach ein paar Stufen. Ihr könnt auch gerne dahinter dann auch gleich Glasbürger euch platzieren, dann ist es schon mal zu. So, und das wollen wir nochmal auf der Vorderseite machen, aber da befindet sich kein offenes Fenster, sondern ich gehe mal von außen ein geschlossenes Fenster. Also suchen wir uns auf der Vorderseite auch wieder unsere Dreiermitte, schlagen mal hier jetzt wieder ein 2x3-Fenster weg und ich würde noch sagen, gehen wir noch ein bisschen weiter und nehmen mal hier die Quarzbügel da unten weg. So, hier unten können wir einmal so eine Blockreihe platzieren und danach setzen wir uns einfach so umgedrehte Treppen hin, die sich immer so miteinander verbinden. Das machen wir oben auch nochmal. Dann sind wir hiermit auch fertig. Fertig sind wir aber noch lange nicht mit dem Haus. Jetzt kommt noch eine kleine Bonus-Sache. Und zwar wollen wir noch einen Kamin uns basteln. Dafür ruht euch mal eure roten Niederziegelblöcke und Treppen heraus. Und den natürlich auch noch an der Seite, wo wir hier das eine Fenster mit Blöcke gemacht haben. Von der Reihe hier gehen wir mal da runter und setzen 1, 2, 3, 4 weitere rote Ziegelblöcke. Die Mitte können wir einmal komplett bis nach oben ziehen. Hier können wir auch mal ruhig das Dach ein bisschen aufschlagen. Denn unser Kamin geht dann natürlich einmal komplett bis nach oben. Und dann müssen wir einfach gar nicht mal zählen, dann müssen wir einfach nur mal gucken, wo wir jetzt, sage ich mal, hier das Ende haben. Oh, hier haben wir das Ende, dass wir hier einmal über unser Dach sind. Und die letzte Reihe könnt ihr dann einfach hier eure Treppen einmal platzieren. Und fertig ist dann unser Kamin schon mal von oben gesehen. Von unten würde ich mal sagen, dass wir hier das ja auch noch ein bisschen abrunden. Würde ich einfach mal sagen, dass wir so 6 Blöcke lassen. Jetzt muss ich mal gucken, was wir hier haben. 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, das passt. Und ab dem 7. könnt ihr ja einfach mal eine Treppe raufsetzen. Und dann ist der Kamin auch fertig hier bei unserem Haus. Wer jetzt aber glaubt, wir sind schon fertig mit dem Haus, hört sich. Man kann es jetzt gerne so lassen, wenn man möchte. Oder wir überarbeiten es nochmal ein bisschen. Und da gucken wir mal hier kurz auf den Originalbau, der ja alles hat, auch Garten. Und zwar ist das Haus, sage ich mal, mit so Holzplanken gebaut worden, die ja immer so eine unterschiedliche Textur haben. So was kriegt man immer gut dargestellt, wenn wir hier im Wechsel verschiedene Blöcke nehmen. Wir haben das Haus jetzt komplett mit Wolle gebaut. Jetzt kannst du dich entscheiden, wie du es weiterbauen willst. Denn ich habe hier immer im Wechsel gemacht. Ich fand ganz nett, den gelben, trockenen Beton in der Zwischenummer reinzusetzen, um halt diese Holzplanken hinzukriegen. Man kann aber auch gerne, das ist halt ganz und gar Geschmackssache, gelben Beton nehmen, um euch das hier im Wechsel zu machen. Wolle, gelben Beton oder Wolle und trockenen Beton. Müsst ihr gucken, was euch bei dieser Seite gefällt. Und dann zieht ihr euch jetzt hier Schicht um Schicht nochmal eine andere, weitere Blockreihe davon einfach mal rein und guckt einfach, was euch besser gefällt. Wie gesagt, ich empfehle mir den trockenen Beton, aber es ist Geschmacksab, vielleicht mögt ihr auch mehr den gelben Beton. Und dann könnt ihr euch das hier, wie ihr das hier schon drüben seht, euch Schicht um Schicht hier nochmal austauschen. Das sieht ja ganz schick aus und von daher würde ich das einfach mal empfehlen. Und dann haben wir das Haus von unseren Welpenfreunden fertig gebaut. Ja, man kann natürlich noch ein bisschen mehr machen. Zum Beispiel, wenn ihr es natürlich nicht einrichtet, wir haben es ja mehr als Deko gebaut, hinten nochmal verkleiden mit blauen Betonblöcken. Sieht einfach schick aus, als wenn das hohl ist. Man sieht es immer ganz gut im Vergleich. Würde ich nochmal verkleiden. Ja, dann gucken wir uns die noch einmal kurz an. Hier könnt ihr hier so eine kleine Auffahrt machen. Da habe ich auch nochmal hier mit Treppen mir das ein bisschen so eine coole gemacht. Weil das ja auch, sage ich mal, in der Serie auch so zu sehen ist. Also ich habe da echt mehrere Folgen angeguckt, um zu gucken, wie das ist. Hier an der Seite war irgendwie ein Zaun. Naja, konnte man nicht so ganz genau sehen. Aber hinten im Garten, da konnte man schon ein bisschen sehen. Da war ja so ein großer Knochen irgendwie auf dem Boden abgebildet. Die haben ja auch hier nochmal ihren eigenen Garten. Einfach mal so verschiedene Pflanzenarten hier ein bisschen reingesetzt, dass es schön kunnerbunt ist. Ja, dann haben sie hier natürlich ein paar Bäumchen. Einen bauen wir hier auch mit so einem Reifen, wo sie ja immer hier Abenteuer starten und dann über den Zaun springen damit. Dann haben sie hier noch so einen Sandkasten mit Tunneln. Und natürlich noch ihre Hundehütte. Gut, ihre Hundehütte ist ein bisschen schwer darzustellen im kleinen Format. Vielleicht bauen wir sie auch nochmal im Großformat. Können wir ja hier als Nachbarhäuschen eigentlich mal bauen. So ihr riesiges Hundehütte. War ja auch wie eine Festung. Habe ich versucht, einfach mal so ein Miniaturformat hier einfach mal ein bisschen darzustellen. Aber vielleicht kommt es als nächstes Video. Mal schauen, für unsere Cartoon-Ecke, dass wir auch noch die Hundehütte von den Zweien bauen. Ja, aber ansonsten hier so ein bisschen der Hintergarten. Wer möchte, kann sich das ja immer gerne, sag ich mal, nachbauen. Ich stelle mich einfach mal kurz so rüber oder stelle mich in andere Winkel, wenn einer, sag ich mal, sich das auch ein bisschen gestalten möchte. Fand ich eigentlich auch ganz nett, also den Garten von den Zweien. Also ist doch auch mal was. Unsere Welpenfreunde können jetzt einzeln in der Nachbarschaft. Wir haben hier Häuschen gebaut. Wahrscheinlich kommt dann auch noch ihre Hundehütte dazu. Aber zuerst bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Von daher haust rein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.